Hey ihr Lieben, mein Name ist Rose de Jesus und bald feiern wir schon Weihnachten. Aber warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Ich habe dazu ein Bild gemalt und wie das entstanden ist und meine Antwort darauf gibt es jetzt. Warum feiern wir Weihnachten? Wir feiern Weihnachten, weil Hoffnung einen Namen trägt und diese Hoffnung auf diese Erde kam, ein Geschenk Gottes. In dieser Hoffnung zeigte uns Gott, wie sehr er uns liebt, wie sehr er sich Gemeinschaft mit dir und mit mir wünscht. Durch das, was geschah und was wir am Weihnachten feiern, zeigte Gott, dass ihm nichts zu schade war, um dich zu retten. Er kennt dich, er sieht dich, er wollte, dass du lebst und er wünscht sich nichts mehr als Gemeinschaft mit dir und deshalb sandte er seinen Sohn Jesus Christus, um den Weg zu ihm wieder frei zu machen. Am Weihnachten feiern wir, dass da eine Antwort ist, eine Antwort auf all unsere unbeantworteten Fragen, dass da ein Ende ist von Leid, dass da Hoffnung auf die Erde kam namens Jesus Christus. He is the reason for this season.